aha gefunden wie viele fischer hier rumlaufen viele überall ah der kommt jetzt nicht mit danke dafür dieser ort wird schwer bewacht kein schwerer schuss erst mal jetzt muss ich aufpassen was stimmt nicht mit dir schon kommen schon und zu papa wir müssen aufholen wiederum wacht ich habe das ziel in sicht kein schwerer schuss ich stütze mich einfach durch ich habe es verstanden wirst du müde ja ich kann ihn nur tragen schade das bürgit jemanden vergessen wird zu danken nur eine handvoll wird zu danken sind auch die von den anderen schiffen und aufmerksam geworden so das war knappe ok wer schießt hier ich habe das ziel in sich ich habe das ziel in sich ich habe das ziel in sicht ich habe das ziel in sicht erst mal auftanken und schon voll nämlich ich muss hier in meinem eigenen dreck schlafen das ist widerlich bitte vergiss mich nicht danke das war äußerst ungemütlich da drin du hast sie alle getötet bastarde das hatten sie verdient bringt mich in sicherheit dann reden wir wohin rennst du mann schnell weg ja jetzt was werden ich schlitze ich auf hier gibt es ich hätte sie alle selbst umgebracht aber der dumme käfig war einfach zu stabil ja als ob du die ins lot umbringen könntest apollodorus hat mich geschickt gib mir die schriftrolle schriftrolle ich habe keine schriftrolle du solltest sie beschützen ich habe sie auf dem schiff versteckt ich wollte nicht dass sie in die falschen hände fällt und wo ist das schiff auf dem grund des sees sie haben es versenkt nun gut ich hole sie apollodorus wartet am leuchtturm auf dich ich sag ihm dass er dich beim gesunkenen schiff findet ja super dann leite ich mir das schiff mal aus gut go ja in dem versuchten schiff ja das kann jetzt was werden denn du ja 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 für das tauchen ist etwas ungewohnt die verdammte schriftrolle hallo das ist mein schiff schwindet gott sei dank ist das dahinten hier ist ein kostbarer papyrus gut gemacht bei ich sehe du bist ein fähiger mann jemand dem ich vielleicht vertrauen kann die schriftrolle war für den römischen feldherrn pompeius gedacht um rom auf kleopatras seite zu ziehen sie wird ihr sehr dankbar sein dass dieser schriftwechsel weiterhin geheim bleibt sie ist auf meinem anwesen zu dem wir jetzt auch fahren wie passt aria in diese geschichte ihr fett erfahren aus erzählte mir dass sie auf den tod einer gewissen beute aus war und wie das schicksal so spielt hatte auch ich grund diese beute zu töten als er erfolg hatte schritt ich ein um sie zu schützen wir sind dankbar und wir müssen dir danken dass die eodoros eliminiert hast er war ein abscheuliches individuum ich sollte dir sagen dass ich neben eodoros auch den philakitei von alexandria getötet habe genadius genadius ich bin sehr erfreut dass er tot ist aber es könnte dir ernste probleme einbringen die philakitei sind eine verschworene gemeinschaft und mordblüstern sie werden dich mit sicherheit jagen sollen sie doch darf ich fragen warum du eodoros tot wolltest wie du weißt ist kreopatras bruder tolemäus zu jung und gefügig um ein starker anführer zu sein wir glauben dass eodoros die treibende kraft hinter tolemäus war und für viele der aktuellen probleme ägyptens verantwortlich ist das kann gut sein man hat ja schon erfahren dass der marionette ist auf jeden Fall nicht einladen bewegung los elende missgeburt was soll das werden net fragezeichen da wären wir die villa ist gleich vor uns perfekt was für ein anwesen in der villa erfährst du mehr die königin genießt das leben der oberen zehntausend ich bin froh dass mit aya endlich etwas vernunft in kreopatras gesellschaft eingekehrt ist sie ist ein außergewöhnlicher mensch deine frau ich weiß bayek bevor ich alle geheimnisse lüften kann muss kleopatra dich treffen und akzeptieren sie kann etwas eigen sein lass mich dir einen rat geben wenn du dich ihr näherst beuge das knie zur ehrerbietung sprich nur wenn du gefragt wirst du sollst nicht fragen sondern antworten lass dich von den feierlichkeiten nicht ablenken sie hat ein großes gefolge dass sich äußerst gerne amüsiert nicht selten im übermaß sprich deutlich in angemessenem ton und vor allem meide jeden blickkontakt was soll das so für eine frau seine bereit ich kann es kaum erwarten wir schlafen mit egal wem wo ist unsere opium pfeife wir schlafen mit egal wem solange er einverstanden ist sich am morgen hinrichten zu lassen so wie xantidis er war sehr zufrieden mit diesem arrangement wer ist dieses köstliche manns bild in meine königin das ist nun ein großzügiges angebot doch ich habe bereits dieser frau treue geschworen eine gute wahl komm wir haben sehr viel zu bereden feiert meine freunde du solltest vor ihr knien guten tag Das sind Arya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich? Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemaeus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nil-Delta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabeus. Und hier drüben im Allerheiligsten Gizeh hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Eodoros war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er ist Siva. Nun das Fajum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten. Wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Remus' Mörder immer noch nicht gefunden. Der Kar unseres Sohnes wird erfreut sein. Wenn wir die Gestalten von der Karte zilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken. Gefeiert. Und geliebt. Und morgen. Beg's da, wie vor mir geht's. Beg's da, wie vor mir geht's. Ich habe es so. Ich habe es mir in Ruhe. Ich habe es mir. Ich bin einig. Und dann muss das aufhören. alter finner was geht hier ab empfohlen stufe 25 jahren die quests hat es gar nicht nur noch quasi als erstes wir haben noch vier ziele und wir brauchen erst mal also wir müssen erst mal ein paar nebenquests abarbeiten das wiese also wir müssen auf jeden fall level dann wenn man die quests auf jeden fall machen das machen die zwei machen und dann das ja aber ich freue mich ich sage aber jetzt erstmal vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal wo treibst du dich rum nächste mission die auf uns wartet so vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal haut rein leute oh oh